Musik Daddy lebt der Arm in San Francisco, spielte die Trombete und das Horn. Plötzlich alles andere eine Stimme, vorwärts, Daddy, du bist außer Korn. Und sie sagte, weinte sie, die armen Tauben, warten alle auf den neuen Glauben. Mach dich auf, Danny, mach die Kale zu Geld, künde deine Lehre von dem Rhythmus der Welt. Denn der Rhythmus der Welt ist ein mächtiger Beat und er schüttelt deine Füße und er rüttelt ein Gemüt. Rhythmus bis ins Fettchen, bis ins Fässiglieb, ja der Rhythmus der Welt ist ein mächtiger Beat. Und er schüttelt deine Füße und er rüttelt ein Gemüt. Rhythmus bis ins Fässiglieb, ja der Rhythmus der Welt ist ein mächtiger Beat. Ja, der Rhythmus der Welt ist der Flüchtige, und er schlugt seine Füße, und er rüstet ein Gewicht. Brauchst es mich, du schlugst es mich, ja, der Rhythmus der Welt ist die Flüchtige. Daddy zog die Weisheit nach Milwaukee, mit dem Walkie-Talkie den Daddy kriegt. Und er zog nach Osten bis nach Boston, wo er unter Brücken seine Brücken schlägt. Daddy macht die Sensationen überall, wo Menschen wollen, und er sprach, es wird sich modelliert im Tal. Und er lässt auf Wäden springen, und er lässt die Käse klingen, und lässt alle Puppen springen, hier im Tal. Daddy macht die Sensationen überall, wo Menschen wollen, und er sprach, es wird sich modelliert im Tal. Und er lässt die Käse klingen, und er sprach, es wird sich modelliert im Tal. Auf mein Herz und flieg zu Daddy Musik 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 Ich kam nach Kansas City an'nem Freitag Am Samstag wusste ich schon genau Bescheid, sonst war ich blöd wie ein Maikäfer am Mai-Tag und ahnte nichts von dieser neuen Zeit. Ich zählte 20 Autos, die ganz von selber gehen, jedes Mal, wenn ich quazieren ging. Dann hielt ich mein Uhr an so ein Bellen-Telefon und ein ganz fremdes Weib sprach aus dem Ding. Was noch? Was noch? Alles ist hochmodern in Kansas City, da hat man mehr als möglich ist gemacht. Ein Wolkenpratzer steht, der ist sieben Stoff verkauft und wenn sie noch bei der Bahn, dann wird es auch. Alles ist wie ein Traum in Kansas City, genau wie die Laternenmagiker. Ja, und drehst du eine Heizung auf vom richtigen Hitze raus und fährst du mitten im Fahrstuhl, zeigst du Leben oben aus. Und du kannst sogar aufs Bloh gehen, auch bei Regen und bei Nacht, da hat man mehr als möglich ist gemacht. Yes, Sir! Da hat man mehr als möglich ist gemacht. Alles ist up to date in Kansas City, da hat man mehr als möglich ist gemacht. Sie haben ein Theater, da siehst du eine Show, wo kürzlich sind, gibt es Sachen ganz hoch. Einer davon war fett und hübsch und rosig und obenrum so rund wie unten auch. Und ich dachte, sie ist ausgestockt mit Watte dick und schick, doch wie sie alles abgelehnt, so langsam Stück für Stück. Da sah ich, was sie hatte, das war echt in voller Pracht. Dann hat sie mehr als möglich ist gemacht. Dann hat sie mehr als möglich ist gemacht.